lampukistan gaming ist hier kapitel nummer oder muss jetzt mal kurz nachschauen wir sind in kapitel 18 angekommen natürlich der bunker in uncharted der drake schicksal ja freunde wenn uns die server heute einen strick durch die rechnung machen dann werden wenigstens noch ein bisschen uncharted weiterzocken denn das letzte kapitel war doch relativ kurz hier das herze des schatzlagers jetzt sehen wir im bunker vorgedrungen freunde und hier sind wir genau stehen geblieben freunde die elena wartet einfach mal hier kackdreist auf uns bis wir uns hier in den torch stürzen check mal ab wo es hier lang geht freunde wir müssen hier auf jeden fall nach oben lang also nicht den fehler machen und nach unten springen und richtig geile aussicht schon mal freunde ja was ich schon mal sagen kann bezüglich fifa auf jeden fall sind nur die server betroffen als so ganz normal zocken könnt ihr weiterhin also wenn ihr keine ahnung destiny oder was weiß ich was jeder online zocken wollte oder hier anschaut geht nicht online es betrifft halt nur diese fifa titel sie die titel wie fifa oder also lauter lab und springen wir in den tod einfach und noch mal von vorne betrifft nur die titel wie fifa battlefield battlefront nicht für speed und gedöhnen sie also von daher anschaut steht nichts im weg ist ja sowieso nur offline und da bin ich euch durchaus darüber dankbar dass es auch noch ein paar offline titel gibt die man einfach nur zocken kann auch wenn irgendwelche spasten meinen sie müssen hier ja irgendwie server hacken oder den leuten einfach die feiertage noch vermiesen wenn sie doch mal ein zocken wollen ein bisschen zeit haben noch aber nun gut wir spielen auf jeden fall jetzt hier und das war wieder arsch knapp wir zocken jetzt aber mal hier der bunker weiter mal gucken wie sie lange sich dieses kapitel erstreckt und mal schauen wann wir das dann auch hochladen werden kann sein dass das erst am morgigen ersten weihnachtsfeiertag kommt freunde so muss ich mir mal hier ein bisschen konzentrieren dass ich nicht wieder in den unnötigen den tod springen weil ich habe echt die befürchtung dass wir dann ganz vorne anfangen müssen freunde so komm schon jetzt kracht doch gleich noch ein rohr und da ich kann meine höhenangst da gar nicht runter gucken das war knapp freunde ok hier muss man aufpassen hier muss man auch springen scheiße das war knapp ok wozu hölle sind wir denn jetzt sehen wir mal lieber die knarre was haben wir dabei vier schuss nur noch nicht gut melde dich es nützt nichts ich habe hier drin keinen empfang optimal freunde ist ja klar in diesem menschen die mp40 ok wenn schon das kapitel der bunker heißt dann so klar dass wir hier drin keinen empfang haben so freunde ich hoffe mal das ist hier nicht das riesige irrenhaus beziehungsweise riesige irrgarten damit wir hier relativ gut durchkommen zweite weltkriebswaffen freunde mp40 sehen dann immer wieder wenn man die knarre aufn dann irgendwie return to castle wulfenstein was ist das denn alle hier wenn die go style oder was alter schwede wieviel schlucken die bastarde denn da kommen die birne so ok wo müssen wir hier lang freunde ist das noch mal so ein track speed gate der steckt uns relativ schnell tot alter einschlag und er zieht uns soviel ab auf mit sein wir mal diese richtung hier keine ahnung ob das richtig ist oh da kommt schon der nächste haben schon stirb Okay, das war die Offenbar falsche Richtung, Freunde Guck mal, boah, das schreit schon wieder oben, was? Ach, scheiße, ey Gucken wir mal zwei von den Bastards, ey, komm schon, komm schon Ähm, Double Kill Thema, Freunde, hier geht's Boah, hier geht's noch hier weiter Ah, da sind wir doch hergekommen, oder? Das muss der Generatorraum sein Okay, wir haben zum Glück den richtigen Weg gleich gefunden, Freunde So, wir wollen erstmal klarkommen, was wir hier tun müssen Überhaupt, Generatoren Oha, da war irgendwas Hier kann man was machen, Kurbeln Kinkastick, so Komm schon Sieht nicht so aus, als ob da was geht Ne Ein Glück Irgendwas hat sich da geöffnet, jetzt, Freunde Ah, okay So, natürlich, ja Unliebsame Gäste, Freunde Kapitel Nummer 19 Ja, Freunde Bevor der mich jetzt hier Totschleck, gehe ich mal ins Pausenmenü Äh, ja, Freunde Das war eine relativ kurze Folge, würde ich sagen Die klatschen wir gleich noch hoch Und dann werde ich mal mit Kapitel Nummer 19 Weiter zocken und das werden wir dann auch im Laufe der Weihnachtsfeiertage dann mal noch hochladen Wenn euch diese Folge dennoch gefallen hat Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video Macht's gut, bis dahin Ciao und bloß kein Stress Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.